Sie retten Gesicht wie sieben Tage Regen im Wetter. Sorry. 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 Sorry, ne? Ne? Das ist nichts anderes. Geh kurz deinen Lecker. Lecker, Maurice. Also die essen gerade die fünfte Portion. Diesen Kuchen hier. Fünf Tassen Kaffee, die hat sich schon runtergezogen hier. Unglaublich. Und die armen Leute da vorne ein bisschen zugucken, ne? Das steht auch das Geschirr von vorgestern. Wir beide sind stinke wie Nutze. Wir haben uns in eine Parfumerie eingesprüht. Hahaha. Ja, das ist ja mal ein außergewöhnlicher Boden hier. Die geile Boutique hier. Teto-Laden. Kann man sich schön deteriorieren lassen. Ah, haben wir für ein paar mal sehr schöne Läden, ja. Gäbe nichts. Halt. Halt. Ich hab deine Beine. Warte. Musst du noch machen? Hier, mit dem Warko. Warte. Warte. Ich mache es nicht. Hahaha. Das junge Paar hier. Was der nächste heiratet. Und zehn Kinder machen will. Unglaublich. Du hast aber viel vor, ey. Ich nicht. Dein Freund, dein Mann. Hahaha. So. Auch wieder von diesen wunderschönen alten Gebäuden hier. Also in Palma mal unbedingt, wenn du nach Mallorca kommst, in Palma unbedingt mal hingehen. Du siehst auch sehr viele schöne Frauen. Ne? Wir haben uns gerade wieder eingekleidet hier. Hier. Wunderschöne Sachen, ne? So. Der gleiche Hemd habe ich mir auch geholt hier. Zeig mal rum. Zeig mal. Hier vom Allerfeinsten. Hat zwar 300 gekostet, aber egal. So. Jetzt sind sie alle erschöpft. Haben ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Nummer 4 ist ganz gut. Müsste ich jetzt hier ein bisschen sammeln. Dann haben wir wieder uns von neu. Wir haben die Boutique leer geräumt. Noch nicht. Alle sind glücklich. Nein. Sind sie auch glücklich, mein Mann? Jawohl. Gucken Sie mal hier rein. Sehr gut. Sie haben sich auch ein schönes gekauft. Ist das richtig? Perfekte Schuhe. Super Hemd. Ja. Sind sie auch glücklich? Super glücklich. Und sie reißen morgen ab, ne? Ja. Und sie dahinter, das zukünftige Ehepaar. Sind sie auch glücklich? Wie gesagt. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, aber schon fast. Ja. Dann wird ja noch Zeit, dass du auch glücklich wirst. Und ihr beiden seid ihr glücklich? Noch nicht. Noch nicht. Also musst du aber tun für deine Frau, ne? Ja. Er hat eine Flasche Wasser für mich. Hahaha. Mit der Flasche Wasser kann man nicht ködern? Ja. Na gut. Das war's. Bis später. Hier. Da kommen noch welche, ne? Und hier lecker Eisgarten. Wie viel haben wir denn bestellt? Wer denn alles? Alle, ne? Ja. Ach. Das war's. 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 Das ist einer der besten Cafés hier in Palma. Nette Bedienung. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eiscafés. 8. 8 sogar. 8-mal. 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 So, jetzt wird's hier sagen, was das kostet. Sagen Sie mal ganz laut. Wie viel denn? 58,40 Euro. Ja. Also wir trinken jetzt gerade für 58,60 Euro. Da tun wir noch ein bisschen Tipp drauf. Sind wir bei 60 Euro. Ich sage jetzt mal, jetzt schon mal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. So, jetzt ist ja hier die Musik um 12 Uhr aus. Jetzt haben die alle Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer. Und hören alle die Musik und tanzen trotzdem bei. Wir müssen rein. Wo geht's? Jetzt geht's rein. Ist nicht geil. Hier muss man erstmal kommen. Aber die Partie geht hier weiter. Ne? Geile Sache. Also. Die kann man hier mieten. Und dann kann man hier feiern. Geile Sachen. Also. Also. Party Puro. Also. Party Puro. Also. Party Puro. Also. Also. Party Puro. Party Puro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist wirklich wichtig. Das ist halt. Genau. Ja. Wir haben uns jetzt verschrieben, dass du. Äh. Wir krijgen. Vielen Dank.